Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Friesen von Feet2BeastTogether! Jo, da sind wir wieder. Verkloppt und verrückt wie eh und je und wieder da. Und diesmal mit Verschärkung. Ja, auf dem neuen Server, der mich mehr graue Haare gekostet hat als manch anderes. Aber wir sind nicht alleine. Ja, da sehen wir es auch schon im Chat. Wir haben heute schon mal fleißige Mitarbeiter dabei. Leider nicht alle, aber immerhin zwei fehlen noch. Martin und Manni von DamGaming sind leider nicht jetzt da. Warum wissen wir gerade auch nicht. Aber wir konnten jetzt leider nicht warten, weil wir zeitlich auch nicht indisponiert sind. Hallo, kommst du wieder aus dem Loch aus Got2Fail? Geht doch. Ich glaube, ich sollte den GameMod 1 mal wieder wegnehmen, oder? Ja, ich habe keinen GameMod. Nein, überhaupt nicht. So, bitte jetzt frei und glied. Und ich würde sagen, vorstellen dürften Sie sich selber. Den Anfang dürft ihr mal Got2Fail machen, würde ich sagen. Das war ich. Ja, los! Wer bist du? Was machst du? Stell vor. Minecraft Let's Plays. Ne, also... Aha, er heißt also Minecraft Let's Plays. Gut. Nein, ich bin Got2Fail, ich mache Minecraft Let's Plays auf meinem Kanal. Also fast nur. Aber wenn es denn soweit kommen sollte, dass GTA 5 für den PC rauskommt, dann wird es dazu auch ein Let's Play geben. Aber sonst eigentlich nichts. Außer Minecraft. Genau. Unterschreibt finden für die Aktion, dass es auch für PC rauskommt. Ich glaube, das lag dir ja auch am Herzen, ne? Ja, ja. Wir haben schon 340.000 Unterschriften, ja. Jupp. Ja. Deswegen ruhig unterschreiben. Kann ja nur halt gut sein. So, hier. Die hauen hier ab, die beiden. Ja, ja. Die verkrümeln sich schon. Oh fuck. So, Negla, du. Äh, was soll ich sagen? Ich bin Negla, wie man meinen Namen kickert und macht gar nichts auf YouTube bisher. Das wird später erst folgen. Irgendwann einmal hin. Ferner Zukunft. Genau. Ja, ja. Und ich bin halt, die Spieler wollte mich unterstützen. Ich bin halt, die Spieler wollte mich unterstützen. Genau. Das ist unsere Themen. Ja, ja. Um Gott zufrieden, hat sich hochgeschlafen. Der ist auf diese Art und Weise hier reingekommen. Ja, äh. Kannst ja, ja. Ja, ja. Seid nicht so. Deine Baustelle nicht meine. Kommt du mal her. Ja, haut ab, äh. Der Baum da übrigens mit meiner. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der war schon geklärt. So. Sag, wer wisst, Kevin. Tja, der Kevin spricht zwar nicht. Dafür spricht sein älterer Brunner. Also, wir zocken halt einfach nur, haben keinen YouTube-Kanal. Kommt aber noch. So, stimmt. Effektiv. Effektiv kann man ja sagen, dass, äh, Kevin und Niklas ja unsere beiden fleißigen Kommentarschreiber waren aus der ersten Season. Die, genau. Die Fragenbeantworter. Ja. Die Fragen beantworten. Ja, ich hab auch Fragen beantwortet. Ja, hast du auch. Und dementsprechend auch ebenfalls mit hier rumlaufen. Ja, und wie gesagt, ähm, eigentlich wären noch Martin und Manni von, äh, Damn Gaming dabei. Aber, wie gesagt, leider jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht da gewesen. Wir müssen doch mal schauen. Vielleicht sind die, äh, vom heutigen Standpunkt aus gesehen morgen da. Ja, wenn dann Herr Okami und ich den Rest aufnehmen für die Woche. Ja, und, unsere erste Woche, genau. Ne, und dann, ja, würde ich sagen, äh, wünsche ich allen viel Spaß. Und, ja, äh, für euch drei eröffne ich dann jetzt schon mal, äh, ihr könnt dann loslegen. Herr Okami und ich verkrümel uns dann jetzt gleich wieder und ihr könnt dann jetzt schon mal so ein bisschen anfangen euch zu bespaßen, ne? Benehmt euch. Ja, ja, die sind jetzt schon sehr, sehr schön undartig. Und, ja, die sind ja auch nicht in der Fall. Wir, beide können die Antikarie und die euch nicht vertreten. Das hat man ja nicht gefallen. Ich kann auch Mad-O-Matte. Moment, ich mein, mein, mein erlauben, ich kann heute, ich will nur neben und sehe gut aus. Ok, du, er hat gerade noch so einstellen. Dann gibt es ein Hundeleide? Eh, leider nein. Du darfst einen Filter von 200 Grad von Handberechen, glaube, das ist eine gute Aufgabe für dich. Ich kann schon das 1x1 Kleine Schön Ja, ich würde mal sagen Wünscht uns beiden viel Glück mit dem Lusteren Haufen hier, würde ich sagen Ja Und da fällt mir gerade noch was ein Da wird mich ja auch wahrscheinlich nachträglich noch von den Hintern treten Ich mache gleich auch nochmal eine Ankündigung In der Videobeschreibung zu diesem Vorstellungsvideo Werdet ihr auch die Downloadlinks Zu Weltuploads von Season 1 finden Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen extra Video zu machen Darum mache ich das direkt gleich mal hier mit Und ja, ihr könnt es euch runterladen Ihr könnt es euch spielen Es ist ein Zip-Archiv, ging leider nicht anders Weil zu groß für Dropbox Und ja, viel Spaß damit Und ich würde damit sagen, wir sehen uns dann In der ersten regulären Folge In Episode 001 Ja genau Ey 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 Ja ja, das ändern wir gleich noch Das ändern wir gleich noch, das kommt gleich Also dann würde ich sagen Tschüüüüüüüs Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü before get Einmal Vielen Dank.